und einmal ja vielleicht auch einmal überlegen ob wir nicht umziehen weil hier der strand einen hafen hier zu bauen ist echt mühselig oder fast unmöglich so dass ich alle schiffe dran kriege das haus dann auch größer machen und alles erstmal das schiff ist eine kleine reise doch hier ist der behälter der sieht fast gut aus das wasser ja mein wasser müsste noch ein bisschen dann gehe ich mal mein wasser gerade auffüllen und dann gehen was an dann brauchen wir so habe ich was trinken ich trinke was klar deine gesundheitsstatus wenn er auf nur sinkt mit gut ja aber irgendwas habe ich dass ich warum habe ich im moment charakter das war es nicht auch nicht status ja da status im tode da durch nur dann durch nest ja schniefnase das ist hat er eine nahtoderfahrung das wirklich ja gut da haben wir sie im moment und nicht einfach navigieren so segel setzen klub in die region hohoho entweder das das oder das wir haben alles abmarsch wir setzen die segel angefangen hat recht nach oben dann jetzt unten schwefelinsel finden da ok da ist ein schiff fragt hm vorbei eigentlich nicht mal stopp schlafen schlafen machen wir zehn stünden schlafen kommen sie vom regen in die traufe naja gehen wir erstmal auf die insel direkt hoch nö dreh ab die insel da scheint man viel viel leichter dran landen zu können und ich mag es leicht dann gucken was es da gibt was ich schön finde bei dem schiff wenn man da so ein kleines paddelboot noch dran machen könnte mhm weil bei dem jetzt so auf land auf fahren finde ich unpassend den tue ich gerade nicht was mir gefährlich wird ich glaube ich habe gerade ein schwein gehört ich glaube zumindest ein schwein war da ist eine pflanze am leuchten zu der will ich jetzt mal schlange wieder übersehen sie hat mich auch noch gleich mit gift erwischt ist dass ich an den schwein da da ja ja das bringen wir jetzt schnell ans schiff wir sind ja noch nicht so weit weg vom stift ich habe da pilze gerade gesehen es steht es hier das schweiner ich würde mal auf die map gucken suchen wir uns einen hohen punkt und dann tun wir mal fotografieren mein schiff ist ein hoher punkt wofür habe ich denn auf dem schiff den ausgucken ach man darum habe ich doch das schiff hier so ich bin dann nein da ist nichts schade das kann ich ausreißen will ich aber nicht ausreißen das ist ein sumpfgebiet das jetzt so ein sumpfgebiet irgendwie schimmel war doch hier gibt's mücken fang an hier mücken zu sammeln also hier gibt es jede menge den schimmel den man für irgendein medikament bauen jemand aber vorhin vor allen dingen dann auch krokophil au Oh! Ah! Ja, bringt mich nicht! Warum hol ich ne Leiter dran an dem Teil? Nein! Schade! Gucken, ob ich Kroko-Deal rauslocken kann. Ich würde gerne versuchen zu bekämpfen. Komm Kroko! Nein! Nein! Kroko kommt nicht! Oder? Da! Äh! Äh! Was Gelbes? Achso, das will ich schon was ich gerade erlegt habe. Noch was? Noch was? Was ist das denn? Cool Lager! Abroad! Apple! Bücher! Wir lesen gerne Bücher! Bist du klar? Ich kann nicht bohlen, aber ich habe noch keine Schwefelinsel drin. Das scheint nicht die Schwefelinsel zu sein. Das scheint nicht die Schwefelinsel zu sein. Lebeablagerung! Ja, klar! Das ist ja nur genau im Sandsbecken der Krokodile. Das Schlimme ist, die siehst du im Wasser nicht. Da ist mein Schiff. Hä? Da fliege ich an dem besonderen Ort vorbei? Oh! Oh! Buchlicht hier! Und viele Kisten im Wasser. Oh! Ich habe ein Krokodil erlegt! Hey! Ho! Ah! Bisschen überladen! Ähm... Ja, das Sprungspunkt meint. Das ist das Sprungspunkt. Kann ich da raus spielen. Das. Warte, wo sehe ich gerade mein Gewicht da? Das Leder wird verhalten. Hm. 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 Das kann ich brauchen. Äh, das wiegt aber nicht. Toll. Ich bin ein Kilo. Das wiegt drei Kilo. Das könnte ich. Ja, ich sollte jetzt nicht ins Wasser hüpfen. Ich sollte erstmal was gucken, dass ich was esse. Wenn wir da zu Energie kommen. Hm. 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 Kann man atmen. Kann man atmen. Ich muss aber gerade was machen. Oh, bisschen Energie um. Oh. Ja. Ich muss. Ja. Ja. Im Malaria-Sumpf sollte man nicht schlafen. Jetzt habe ich irgendwie Moskito. Ich krieg Moskito krank. Ich habe die Schwefel-Insel immer noch nicht. Also dies ist nicht Schwefel-Insel. Ich bin gerade krank. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Blob. Oh, nee. So. Was zur Schädlingen könnte helfen. Wenn das als Schädling. anfählt. Eine umgecon. Das Comes количеinhos. Gifte. Ah. Ah. Es hilft mir. Salbe mit Halloway und Brünze. Sondengebräu. Okay. Äh... Ja, Gokodil-Insel. Der Name passt auf jeden Fall. Ja, einer von den zwei wird dann nicht schwer für Insel sein. Das... Können. Oh, doch. Der da. Das... Naja, ich muss... Nämlich brauchst Salz. Hm, Salz kommt hier. Das... Verrottetes Essen. Ach, das sieht jetzt so aus. Ja, mal kurz. Oh, hap, 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 hap. Oh, ja. Ja, hap, hap, hap. Ja, hap, hap, hap. Ja, hap, hap, hap. Ja, das ist nicht so aus. Ja, hap. Ja, das ist ein Kuss. Ja, da ist der Kuss. Ah, nehm ich ihn. Oh, ein Plan durch 1. Stadion mal ab. 2. Stadion mal ab. 3. Stadion mal ab. 3. Zauber Gott. 3. Stadion mal ab. 3. Zauber Gott. 4. Zauber Gott. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich mehr, glaube ich, zufüge Rinden. Da. Dann wollen wir mal den gucken. Habe ich Salz, habe Baumrinde, habe ich nicht, habe ich auch nicht so. Und sauberes Wasser, kein Problem, Baumrinde. Eine Ressource, die ich so gut wie nie brauchte. Ganz viel Pech weggeschmissen hat. Ein bisschen Keimern raus. Das auch. Das Ding ist wieder aufbaut. Uuuuuhh. Ich bin ein Glücksbild. Wasser rein, Wassertank, komm. Wenn, dann wollen wir gleich ein bisschen was voraus machen. Wir wollen ja nicht ständig hier hinrennen. In der Hoffnung, dass wir das lange, lange lagern können. Das ist ja eine Medizin. Sandage mitgeschmolzen Gumi. Tabak. Nö. Sonst. Uuuuhh. Erstmal eine selber nehmen. Nehmen. Und die anderen aufs Biffen bringen. Und ich bin ein. Auf dem da, der wird sehr schnell gegründet. Vielen Dank. Nein, jetzt habe ich noch gar nichts eingesammelt. Das mache ich zu Öl, Dampenöl, das mache ich zu kalt, die frische Haut mache ich zu kalt. Ja, hier habe ich die eigentlich. Ich mache mich jetzt ein bisschen leicht und dann geht es wieder rüber. Ich glaube, das war dann hier drin. Voll, voll, voll. Alles voll. Da kann ich rein tun. So. Ne, kann ich sofort in Lampen... Lampenöl kann ich ja sofort... ... den Essig... Salz bleibt hier... ... löschten... ... öhm, da... ... hier drüber. Oh. Bloop. Ja. ja 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 Oh 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 Is that Oh Oh Um Um Hm Hier vorne kann man schön anlegen Sonst fahren wir mal da hin. Gute auch. Ist da eh. Ah. Das sind man oben. Gute auch. Gute auch. Gute auch. So wie es aussieht muss ich im Manko sein. So wie es aussieht muss ich im Manko sein. Ich muss in die Banko rein. Ich will nicht. Da könnten Krokodile und eventuell Haie lauern. Ich muss in die Banko rein. Äh. Hab doch erbar haben. Ich will aber nicht hier rein. Okay, hier ist klares Wasser, aber trotzdem kann es sein. Guck mal, da ist ein freundliches Krokodil. Ich bin mal Pfeil und Bogen. Van Gogh. Alles. Da passt er. Also ich will jetzt hier nicht vom, vom, vom Weg ab. Überall könnten, äh. Wer ist er? Was ist er? kein mahn das ist nämlich mit das nämlich mehr wirklich er hat er hat mich blöd hier spüren auch mosquitos wiederum auch toll wir nehmen jetzt nur mal Wir wollen ja nicht zu viel mitnehmen, sonst haben wir einfach zu viel verlangt. Da ist wieder zu viel. Wow, kein Schlag. Dass ich im Moment das Messer nicht verbrauche, finde ich gar nicht mal so schlecht. Was fuck ist? Ich hätte gerne ein Stück Land, wo ich Wettbewerb legen kann. Da ist nicht lange, die sehe ich. Hier sind wir ja auch mal. 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 Hier sind wir ja auch mal.